Nun werden wir zeugen, wie die Letzte aus dem Kreis des Blutes erstrahlt. Aber warum mach ich es? Was, du meinst, ist passiert? Wieder? Wir wurden jahrelang darauf vorbereitet. Sie hat nicht den leisesten Schimmer. Alle Augen werden auf dich gerichtet sein. Du bist der Rubin. Die esslische Entlein haben wir gezaubert. Eine Schwarm. Das ist Gideon de Villiers. Wanderlin ist definitiv nicht mein Typ. Hände weg von Gideon! Was bist du denn für einer, Edelstein-Mensch? Der Härteste. Der Diamant. Gideon! Wanderlin! Bereit, wenn du es bist.